Jo, du darfst. Ey, ich hab keine lila Partikel, hey. Hallihallöchen. Handsome Fabio, ja. Willkommen zu einer neuen Folge. Ja, Felix, und du sagst, ich kling depressiv. Ja. So, Hallihallöchen. Was? Was? Stör mich nicht bei meiner Ansage, du Wichser. So, Peter in Terrorist Town hier. Mit den fünf Jungs und so. Peter ist Traitor-Slave-Con. Nein, ich bin immer innocent, immer. Sie schauen auch so krank hell aus. Ja, das ist richtig geil, Augenkrebs, die Map. Gefällt mir. So, wir müssen jetzt erstmal Felix befreien, finde ich. Oder töten. Ja, bitte. Wo bist du überhaupt? Ey, ich spür meine Beine nicht. Und? Oh, ich kletter irgendwo hoch. Scheiße. Ja, das heißt, ich bin schon mal innocent, ne? Ich bin irgendwann Mine gefangen. Ich bin auch innocent, weil, ja, bin ich halt einfach auch. Okay, ich glaub sogar, Janik. Ja, da glaub ich dir. Aber wenn er einmal lügt, Janik, dann heißt es, die nächsten Runden bist du einfach immer tot. Echt? Ja. Also, willst du jetzt ganz sicher sagen, dass du, dass du innocent bleibst? Wie komm ich runter? Oh, hi. Wie komm ich runter? Ich weiß es nicht. Ah! Ah, so kommst du runter, okay. Er ist runtergesprungen. Wie geschaffen, ich brauch jemand sterben zu sehen. Ich hab's geschafft. Ja, Hugo. Kann man nicht jemanden untersuchen? Wo? Äh, irgendwo, einfach mitten auf der Straße. Gott, ich bin so maximal so... Äh, da steht Fallschaden, da steht Fallschaden übrigens. Ah, ja. Hm, hm, Feder. Äh, Felix, hallo. Hallo, Feder. Da steht nicht Fallschaden. Ey. Hey, cause of death. Farmers? Hä? Was für Farmers? Ich hab ne Pumpgang. Das ist die Cause of the Farmers. Hä? Aha, Peter. Ich hab ne Shotgun. Ich hab ne Shotgun. Bist du dir sicher? Junge, wenn ich sag, Cause of death wird Fallschaden sein und da steht dann Farmers drin, glaubst du, ich wär so idio... Oh? Irgendwas bricht hier. Ähm. Peter, du bist so safe. Nein. Ich sag doch, ich bin immer innocent. Da hinten läuft jemand, Mann. Safe gleich kommt Gottes. Ich seh jemanden, der ne Farmers hat. Ich hab ne Farmers. Oh. Oh. Felix hat ne Farmers. Ah. Aber ich hätt hier natürlich Hugo nicht umgewacht und dann gesagt, oh ne Farmers hätte nie Ich seh Fabio. Hi Fabio. Lass mich du mir nutzen. Ja, was soll ich jetzt machen? Ich hab doch nix. Obwohl, warte, hier grads Waffen. Galil. Okay. Was hat's noch? Ne Farmers zu fehligerweise? Nö. Nicht huge. Iiii, gleich wieder runterschmeißen. Äh, ne McTen ist hier noch und das war's. Also ich hab ne Shotgun und sonst waren hier noch Galil und McTen. Ja, ich rede mal bitte ein bisschen. Ja, ich hallo. Janik aimt auf den Turm von Peter hoch. Ich aimt gar nix. Ich guck einfach nur, was Peter da oben macht. Ja, ich kann nix machen. Ich bin lange geaimt und war's ziemlich. Hi. Der hat aber Sachen runtergeworfen. Ja, Waffen. Rack grenade oder sowas. Am Lauf. Ja, ich spreng dich selbst nur da. Warte, ich mach was lustiges. Guck mal, guck mal, Mama, ich fliege. Warte, warte. Hui. Okay. Ich glaub, ich hab meine ganze Waffen runtergeschmissen. Ah ne. Hier lebe noch ein paar. Lebst du noch? Ja, ich lebe noch. Oh, ich hab noch meine Discombo. Warte, ich flieg noch mal. Hui. Cool. War lustig. Okay. Ähm. Ja, ich kann halt hier oben nix machen. Ne? Fabio, wo bist du denn überhaupt? Ihr sagt, also ich glaub wirklich, dass Peter ist. Ich glaub, dass Peter ist. Ich glaub, dass Peter ist. Ja, nix. Okay. Wenn ich's wär, war's. Junge, Fabio. Ich hätte Credits. Ich könnte mir eine Bananenbombe kaufen, ich könnte mir diesen Schuhen Laser kaufen. Also ich stelle die ganze Zeit an der gleichen Stelle. Also ich bin jetzt hier auf der Suche. Ich bin auch nicht. Was? Ich finde das eigentlich ziemlich entspannt hier oben. hier ist, äh, feinstes Hartholz. Du redest. Du hast, du hast, ich bin Traitor Stimme gerade. Wer? Ach man. Peter. Und wenn ich nicht Traitor war? Kannst du... Nee, ich vertrau Felix. Fabio. Bitte. Unser, unser Kommunikationsverhältnis wird für immer gestört sein, wenn du mir jetzt nicht glaubst. Eventuell lacht sich grad Felix, komm doch zu den Arschab ins Geheimen. Bitte. Ich mach ja eh nix. Ich mach ja eh nix. Ich mach ja eh nix. Oh, hier ist, äh, Yannick. Oh ja. Ist es Yannick? Ja, nice Vortäuschung. Ich glaub Yannick ist es so. Ja gut, Peter hat an der Pfeife gezogen, das heißt Yannick ist es. Okay. Ja gut, dann Yannick und du. Okay. Ja, ja, das könnte sein. Das könnte sein. Ich hab dir vertraut, du kleine Nutte. Sorry. Ich will einmal leben. Magic with me. Ich seh nichts. Ich treff nichts. Bitte Yannick. Ich treff nicht. Ach komm, Alter. Zwei. Er hat einfach zwei Abtreibungen überlebt. Was war das für ein Mindgame? Fabio. Ich hab gesagt, dass ich verfahren was getötet wurde, aber er wurde nicht verfahren was getötet. Ich wusste gar nicht, wo ich hinkomme, wenn ich da reingehe. So, auf einmal steht Peter vor mir. Fabio, der Innocent Beweis, er hat seine Pfeife gezogen. Er ist inno. Er ist tot. Er ist einfach Friedenspfeife. Ey, ich rauch auch wenn, also ich pfeife auch, wenn ich lebe. Ja, aber du hattest, es war ein Gefecht, ja? Dann hast du... Ein Gefecht? Ja, das ist mein Notzug. Das hab ich auch in normalen Gefechten. Hä, wer kennst du das? Digga, meine Augen kriegen hier gerade echt... Ein Notzug. Bei den Glowstone, Fabio. Da hab ich auch einen Krebs bekommen. Mein letzter Zug. Ah, ich find das wunderschön hell. Hallo, ich hab keine Waffe. Bitte, bitte geh weg. Ich auch nicht. Ja, ihr solltet nicht auf den hässlichen Schalter treten, weil das ist echt gay da oben auf dem Turm. Kommt man da nicht mehr runter? Doch, runter kommst du. Das ist so gay, dass ich selbst nur weggehen musste. Aber ob du überlebst, wenn du runter gehst, das ist halt die andere Frage, Annick. Du gibst ja auch noch. Ich hab ne Babygun. Will jemand? Ne, danke. Ich bin gegen Abtreib... Nein, ähm, nein. Ich glaub Peter ist das. Ach man, schon wieder. Ich bin doch immer innocent. Immer. Geh weg. Geh weg. Wenn du mir dein Baby an den Hals werfen willst, dann schieß ich dir ins Knie. Oh, okay. Ja, nicht in den scheiß Fuß. Gleich ins Knie. Okay. Du willst Crowbar-Battle? Oh, 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 oh. Ich glaub Fabio... Da hat irgendjemand, da hat jemand, nein, da hat jemand geschossen. Da hat jemand, ich glaub Fabio hat geschossen. Ich wechsle die ganze Zeit die Waffen, du dummer Mongo, Alter. Ah, ja, ja, komm. Wo ist Hugo? Beweis es mir doch. Ah, was willst du denn jetzt, hallo? Oh ne, Janik, nicht schon wieder. Was willst du denn jetzt? Oh ne. Äh, warum ist da Blut? Ja, das ist von mir. Der hat mich einfach mit der Crowbar gehauen, ich habe mich nicht gewehrt. Ja, Hugo hat die mit der Crowbar gehauen. Was? Nein, Felix hat. Wo ist der Baum hin? Äh, was war das? Warte mal, hä? Ich vertraue jetzt Peter, actually. Das war safe Fabio. Ich war's wirklich nicht. Ich war's wirklich nicht. Ich war's wirklich nicht. Felix, ich vertraue dir halt leider nicht. Okay? Ja, dann glaub ich trotzdem mit dir. Fabio, ist das gewesen? Ja, ne, ja, okay dann. Ja, Hugo ist der letzte. Ich suche... Hugo oder Felix? Ich glaub, ich hab mich verlaufen. Ich glaub, es ist entweder Felix, weil Felix so auf Möchtegern ist. Ja, ich glaub auch, dass es Felix ist. Okay, okay, dann töte ich jetzt halt Peter. Was? Nein. Bleib weg. Nein, bleib weg. Bleib weg. Ich bin in der Mine. Ich dachte, ich vertraue Hugo. Felix, wie bist du da hingekommen? Ähm, du musst die Wand zerstören mit der Crowbar. Hab ich hier Wand? Felix, lass mich. Mit der Treppe. Ich glaube, du bist es actually, aber okay. Ich vertraue dich fürs Erste. Du hast mir schon 40 Schaden gemacht, Arsch. Warum ich hab später gefühlt hin? Ich will raus hier. Ich war... Oh. Hast du ihn? Das ist Antipo. Okay. Ich kann das Spiel nicht. Er hat nur Waffe gewechselt. Ich bin so traurig. Ich zolle jetzt Respekt eine Minute lang. Er hatte nur Waffe gewechselt. Oh, Mann. Ich muss weinen gerade. Ohne Witz. Gerade kam so eine Trauerträne. Tut mir leid Felix. Ja, ich... Ich zolle jetzt auch Respekt. Aber es sieht schon lustig aus, wie er da oben abhängt. Warte. Warte, soll ich ihn da oben abziehen eigentlich? Ja. Ich... Oh nein, er blutet jetzt. Ich... Ich komm nicht aus der Mine raus. Ich versteh's nicht. Du kannst ja immer noch F10 drücken und kill. Wie kann ich den bitte da aufhängen? Scheiße. Ähm, also mit Linksklick dann. Linksklick? Ja. Ah. Das sieht aber bequem aus. Hm, ich weiß nicht. Dann steckt ja das ganze Blut in den Kopf. Und dann trieft das... Dann trieft das Blut aus seinem Mund oder aus seinen Augen raus. Irgendwann nach ner Zeit. Das ist jetzt kein schöner Abgang. Peter, wenn du jetzt später bist, hab ich's auch einfach verdient. Ja, schon. Aber es ist wirklich Hugo. Und er kommt nicht zu uns. Warte, ich zieh ihn jetzt ab von dem Seil. Bam. Okay. Guck mal, Alter. Als Leiche hatte aber echt guten Blutverlust. Das muss ich schon sagen, Felix. Warte, wir können so ne... Oh mein Gott, ich hab ne Idee. Oh, warte. Äh, sorry, sorry. Äh, ey. Es tut mir leid. Ich komme nicht durch, ich bin zu fan. Hä? 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 So, pass auf. Ah, scheiße. Egal, warte. Mit was kann man denn so interagieren? Oh mein Gott, die Mine füllt sich mit Wasser. Was passiert hier? Hä? 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 Nein! Ähm, Peter? Hm? Guck mal, wir spielen jetzt einfach Dings, okay? Ich weiß nicht, ob du es kennst. Volleyball? Ne. So, das hier, warte. Äh, ich bin ein kleiner, netter Felix. Ach so, Poppenspiel. Wechsel die Warfam. Ach so? Jetzt versteh ich dich. Boom. Digga, guck dir mal sein fucking Kinn an. Er sieht einfach aus wie ein Zombie. Guck mal. Er macht den Heiratsantrag. Oh süß. Janik, weißt du, was ein schönes Mindgame wäre? Wenn du jetzt Traitor wärst und Hugo schon tot ist. Das wäre jetzt so ein gutes Mindgame. Warte ganz kurz. Bitte nicht. Ich bin aber kein Traitor, weil ich habe ja Fabio getötet. Ja, ich weiß. Und das wäre ja das Mindgame. Wir können zwei Puppen nehmen. Ach, stimmt. Ich habe das Gefühl, dass Hugo einfach schon tot ist. Ah, ne, du wartest doch nicht. Okay. Ich war außerhalb der Map. Guck mal hinter euch. Ich war hinter dem Zaun. Da liegt meine Leiche. Da hinten. Oh. Ja, da. Hä, was ein Camper. Ich habe euch angeschaut, die ganze Zeit. Ach so. Ich kam nicht rein. Du armer. Oh nein. Ey, warte mal. Wir hatten Zinschauer. Ich war eigentlich auch die Map so. Bei mir leckte. Mein Mindgame war eigentlich in dem Traitor. Und da wollte ich da so die Mine fluten. Dann so, nein, die Mine fluten sich, nein. Und dann wollte ich so cool, dass ihr euch tot ist, damit ihr euch nicht mehr vertraut. Und ihr euch gegenseitig tötet. Dann komme ich raus. Da kann ich, aha, wir noch Toten töten die letzten. Aber hat nicht geklappt. Hey, Felix. Ähm. Dann bin ich auf irgendeine Druckplatte getreten, wo ich auf jeden Fall außerhalb der Map war. Hallo, was ist? Was denn? Ich bin einfach immer innocent. Warum guckst du mich so an? Das ist so schön. Was machen die da hinten machen? Oh Gott, Felix und Janik. Janik. Ja, ich habe es gesehen. Er wollte mich töten, der Scheiß-Tyrus wollte mich daher locken. Hast du ihn? Nein, habe ich nicht. Aber der hat wenig lebt. Wer ist es? Wer ist es? Janik. Er wollte mich töten. Das Problem ist, ich kann ihn falsch erschossen. Der Trill ist ja immer noch. Ja, ich komme nicht aus dem Haus raus, weil der Tyrann ist. Ja gut, was soll ich machen? Ich komme hier nicht weg. Ich komme hier auch nicht weg. Herr Felix, hast du jetzt das Turret verlanciert oder was? Hä, das Turret ist weg. Junge, dieses. Oh. Hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn. Digger, wie viel Endos erschieße ich eigentlich noch? Ja, geil, Janik. Janik, jetzt rede mit mir. Scheiße. Hey. Hä, warum treffe ich ihn nicht? Du bist braindead. Hey, ich komme hier. Fabio. Danke, Fabio, du Wichser. Fabio, Fabio, ich hab, Fabio, ich hab, Fabio, ich hab Janik umgebracht. Ich hab nicht aufgepasst. Ich hab einfach Leute erschossen. Du Wichser. Aber mein Plan war gut. Ich wollte ihn resurrect. Hä, mein Plan? Also, ich hab doch gesagt, dass ihr beide seid. Aber Fabio kühlt mich einfach. Warum war's denn Fabio? Ich wollte dich gar nicht mit reinziehen, Felix. Das war übel gut. Das war ein Alibi für mich. Hä, ich hab euch beiden misstraut, ihr Wichser. Warum hast du mir misstraut? Was hab ich getan? Hä, weil ihr beide zusammen da steht und dann... Ich hab gesagt, ja, äh, er wollte... Ja, ich hab dich sowieso erschossen. Warte, was hast du gesagt? Du bist heute richtig... Hast du, äh, gesagt? Ja, er hat, äh, gesagt. Äh. Fabio, minus acht Score. Irgendwie schon ein bisschen verdient. Ich bin innocent. Vertraut ihr mir? Ne. Ne. Ganz ehrlich, für die Scheiße, die du hier die ganze Zeit abziehst. Dir ist nicht mehr zu trauen. Was? Mein... Mein Image. Es ist einfach weg. Oh mein... Hier hat er gerade einen Traitor. Wieso explodiert man dieser fucking Baum? Was ist das? Der Traitor kann... Ich bin gerade im Boden hier... Das ist ein Traitor-Room. Da ist ein Traitor-Room. Traitor-Room? Wo ist ein Traitor-Room? Ein Traitor-Room? Ein Traitor-Room? Man muss dafür nicht im Traitor-Room sein, Hugo. Ich bin im Traitor-Room. Dann ist er wohl für eine Traitor-Room. Nein. Wo ist überhaupt ein Traitor-Room? Alter, ich hab' noch nie eine Miene gesehen und noch nie ein Traitor-Room. wenn du aufs aufs bett läuft welches in dem haus in welchem haus bist du ja in der mitte bist du das ja ich bin das fabio und felix und dann gehe von weg und das bett passiert ja aktivieren und dann ist er irgendwie für eine sekunde ich bin ich komme nicht raus weil ich in das sind die druckplatten kommt man wieder raus hier für den stockwerk also was hat sie denn hier für nice trader voll okay wenn hier wenn ihr plötzlich stockwerke finden oder ich habe nicht vergiftet auf der großen fläche ist jemand da mich vergiftet hat ich habe die nicht vergiftet mich hat einfach jemand vergiftet ich sterbe tschüss und schönes leben leute es ist eine falle es war alles eine falle ich wusste dass ich habe ich habe ich habe wirklich keine ahnung von der trader fallen gehabt deswegen musst du dass der boden brechen kann ich wenn da ein ganzes stockwerk fehlt dann realisiere ich doch anhand der treppen dass da plötzlich was nicht aber das ist so gesagt weißt du ich habe die ich habe alles mal gedrückt und alles aktiviert aber ich habe keine ahnung was das genau gemacht hat peter peter kann es sein dass du ein fragezeichen aktiviert hast ich habe alles mögliche gedrückt weil er sich diesmal anders verhalten